Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Wir sind langsam, also wir kommen langsam dem Ende näher, glaube ich. Zumindest die Stimmung wird immer bedrückter oder melancholischer. Und ja, da bin ich mal gespannt. Oh. Es sind fünf Geister, nicht vier. Ich dachte immer, das wären vier, aber es sind fünf. Okay. Als die Geisterweide starb, flackerte mein Licht. Nun bin ich wieder vollkommen. Ich bin Sire. Die Weide erwartet uns Ori. Wir müssen gehen. Doch, der einzige Weg dorthin ist... Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, jetzt kommt er, diese Eule, die nicht fliegen kann und unseren Q uns genommen hat. Okay. Okay. Das war's für heute. Alter. Boah. Wie lange da noch? Hat's geklappt? Treibsand. Das war der Erfolg, okay. Ich habe eher erwartet, dass wir das fünfte Element sind in diesem Glied. Dass wir das Licht in uns vereinen und uns deswegen opfern oder so. Achso. Aber scheinbar nicht. Da ist die Weide. Das ist sie, Ori. Die Weide. Mutter des Lichts. Nur der Trauerkampf steht uns im Weg. Oh. Also doch nicht das Ende. Das Licht ist wieder hergestellt. Seire. Deine maximale Lebens- und Dingesibumsi. Sind gestiegen. So. Das heißt, wir müssen irgendwie da hin. Alter. Ah. Da unten war ja... So. Wo müssen wir jetzt lang? Ach da. Ja. Aber ich würde gerne da runter, damit wir die Energie holen. Wenn da wirklich nur die Kugel ist. Und wir hätten uns eh dahin teleportiert. Da unten. Fragment einer Energiezelle. So. Die Frage ist, wollen wir die Karte holen mit den Zellen, damit wir uns die mal... Ne, eigentlich nicht. Ich will mit der Story weitermachen. Muss ich ehrlich gestehen. Ich bin jetzt mal gehypt. Was jetzt so passiert. Ich will, dass einfach Kuh wiederbelebt wird. Der ist so süß, der Kleine. Ja. Oder die. War ja Weibchen, glaube ich. Freundin hieß es ja immer. Ah. Das ist da, wo ich immer versucht habe hinzukommen. So. Okay. Hier ist zu. Also kann ich nur von hier unten lang? Da oben. Ach ne, das ist da, wo sein Futterplatz war. Nein. Von der Vergangenheit geblendet. Wandte sich Shriek von der Wärme ab. Also wir müssen da irgendwie hoch. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr diese komischen... Trauerkamm. Ui. Okay. Es wird doch nicht so schnell gehen, wie gedacht. Ja. Das war's für heute. Oh, komm schon. Was ist das? Alter, hab ich mich erschreckt. Oh, wieder die Fischer. Ah, die schießen nur Strahlen, aber keine. Oh, hier ist etwas. Neue Fähigkeit? Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Starten. Starte in jede beliebige Richtung durch. Werde zu einem Projektil. Aha. Ah, das ist cool. Okay. 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 Cool. 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 wir haben jetzt noch eine neue fähigkeit erhalten die eigentlich ja gar nicht mal so neu ist weil ich hatte mir die ja schon im ersten teil was ist das hier ist es das ich gucke noch mal hier ob hier noch irgendwas ist ok also uns fehlen noch zwei geister splitter einige questgegenstände fehlen aber wir haben die fast geschafft die samen haben wir chrome fehlt uns eine sache noch dafür fehlen so bei fünf goleks ne doch golek erz hier fehlt uns aber noch eine quest irgendwas ist ja egal legen wir los bin mal gespannt als das ende näher rückte führte alle pfade zur geister weide die haben wir ganz vergessen die gab es ja auch noch das ende der weide das sieht mir nicht nach einem schnellen ende aus das sieht er nach diese explosions dinge die sind katastrophe komm mal her gib mir eine karte hier sind wir nun unter den wurzeln der großen weide die deinem land einst leben schenke ich wusste es einfach nicht ich habe nicht erkannt dass der verfall bis ins herz von neven vorgedrungen war aber im angesicht dieses übels hat tock zu recht gesagt hör zu für gewöhnlich lasse ich mir meine dienste vergüten aber in anbetracht der umstände geht das hier aufs haus dankeschön das ist ja lieb habe ich schon immer gefragt warum man eigentlich dem held immer so steine was ist das denn rankenherz ich gehe mal kurz hier rüber was hat das mit diesem rankenherz auf sich okay da nicht hier runter also hier 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 ah ok ich muss die dinge also kaputt machen diese ranken herzen fragment einer lebenszelle dankeschön so so dann da rechts noch das ding ist total mit schleim besudelt miss Oh, da geht es in den Tord. Man, nein. Von der anderen Seite wieder mal. Irgendwie schlägt er immer auf die falsche Seite. Das war jetzt auch mehr Glück als Verstand, oder? Yay. Also das Ende wird bestimmt noch zwei Folgen haben. So, da oben geht es noch irgendwie lang. Oh, cool. 6 so irgendwie nach da oben also hier oder gibt es hier einen Weg ne ich würde gerne mal gucken ob ich neue Upgrades hab ne 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 waren das jetzt zehn oder acht zehn aber was mache ich denn ich speichern also wie viele folgen sind es denn jetzt eigentlich die ich jetzt aufgenommen haben 24 25 wieso komme ich jetzt da unten raus gehen wir mal da lang hey hey schieß danke aber nicht da wo ich hin wollte eigentlich ich Das war's für heute. Das war's für heute. Yay. Fehlen nur noch vier glaube ich. Okay. 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 kommt schon erwischt laser scharf was das jetzt gemacht hat weiß ich nicht das war auch eine verderbnis die wir jetzt befreit haben okay ja 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 Das war's für heute. So, entweder nach links oder nach rechts, also nach links. Oh, Gott sei Dank ey. Ach, da unten. So komme ich da rüber. So. 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 Zumindest wirkt das so, als ob es das Ende wäre. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ihr könnt mir natürlich auch unten einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr ein Abonnement da lässt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.